Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach ein Ticket, aber ich habe schon das Ticket, weil da war so Grand Mafia drauf. Und das ist mir immer wieder abgestürzt. Also zweimal insgesamt. Und dann war es schon abgelaufen. Die Zeit, da habe ich mir gedacht, scheiße, das Video kann ich nicht zeigen. Deswegen mache ich jetzt das Zwei-Stunden-Ticket. Da ist Harry Potter, Hogwarts, Mystery und ich habe mir das schon runtergeladen. Dann werden wir das mal halt spielen. Das Spiel habe ich glaube ich noch gar nicht gespielt. Ich bin gespannt. Hexe oder Zauberer? Ich spiele Zauberer. Ich spiele Zauberer. Glatze. Aber alle haben rote Haare. Das ist cool. Kann man natürlich ändern. Die Hafer betrifft Schnoff. Meiner. Zu. Würde ich sagen. Nee, Kapuze nicht. Zur Zeit sieht ja eher so aus. Aber ich habe noch ein bisschen Haare. Ich denke mal so, das passt schon. Ah, das passt alles. So. Beschließen. Okay. Ich bin mal gespannt. Wo komme ich hin? Da spielt gar kein Sound. Doch. Oh. Die Mauer geht zu. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Bücher holen. Nimm alles. Einfach alles nehmen. Okay, ich verstehe. Das ist mein Bild. Und da sind Sachen, die muss ich dann suchen oder holen. Okay. Vorname. Stefan. Nachname. Red Dog. Bestätigen. Okay. Stefan Red Dog. Ich heiße Stefan Red Dog. Ein praktischer Pullover. Ohne Feder. Guten Tag. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. ... 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 jetzt das zaubern. Was? Eine Katze kaufen? Ich warte lieber. Ah, weh. Er hat einen Pullover gekauft. Ja, ja, ja. Er ist das Kapitel fertig. Jetzt komme ich in der Schule. Da wäre er zu. Wo komm ich hin? Ich bin so gespannt. Die Neuen sind da. Und nun zu mir. Stefan. Wo komm ich hin? Sehr interessant. Ich kann mir aussuchen. Ich geh nach Griffendorf. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. lasst du 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 das Haus Gryffindorff mein Gemeinschaftsraum besuchen machen wir ja ich habe die Zeit geschafft aber wir bleiben noch ein bisschen hier ja ja was haben die soll ich sozusagen die Rolle von Harry Potter übernehmen oder nein ich glaube nicht wo freust du dich am meisten Stefan Zauberkunst, Zaubertränke mein Bruder finden ne dann auch Zauberkunst, Zaubertränke ich mache mal Zauberkunst Zaubertränke habe ich bei anderen Spielen auch Lass Zaubertränke Zaubertränke du musst Zaubert Hallo Herr Leher Zauberkunst ich bin sehr rebellisch ich bin sehr rebellisch Los. Starten. Eine Stunde warten. Notizen aufschreiben, Bücher nehmen und zuhören. Oh, die lilanen hab ich gar nicht. Was entspricht mit dem Zauberspruch. Lumos. Richtig, ja. Hervorragend. Dankeschön. Ich hab gut aufgepasst in das zu. Nur Lumos. Okay, okay, okay. Okay. Wollungsstern. Hier, den hab ich nicht. Nur mal den. Davon kann ich nur 24 haben. Energie. Perfekt. Hervorragend. Sag ich doch, sag ich doch. Das ist alles für heute. Das ist alles für heute. Lass des Misses. Lass, Lass, Lass. Lumos. Ich bin Rebelle. Denk dran. Oh, oh. Da kann ich nichts anderes sagen. Außer, oh. Das ist aber gut. Duell. Kommt auch noch Spielabworts. Das wird hier richtig schön, das Spiel. Sachen. Ich kann mich immer noch verändern. Ich will mich aber nicht verändern. Aber die ersten Leute dazugekommen. Das andere kann ich nicht machen. Gut. Schöp. Ich bin überhaupt nicht wie du mit Merula streiten. Also Merula ist mein Bruder. Lenk ihn ab. Schöp. Jetzt weiß ich wer du bist. Schöp. Du hast keine Wahl. Verspotten. Droh. Über Ruhe. Vernunft. Einreden. Mhm. Ich bin zwar Rebelle, aber es muss ja nicht heißen, dass ich feindselig bin. Prof. Professor Dr. Snape. Snape. Also die Sprache ist immer... was heißt die Sprache? Die Geräusche sind immer witzig. Oh, das klingt doch richtig schreien. Das. Dreimal. Das. Dreimal. Und was noch dreimal. Das war's. Energie kriege ich irgendwie selber dazu. Okay, okay. Perfekt. Besser geht's nicht. Hervorragend. Tut mir leid, so bin ich halt. Ich bin voll der Streber. Okay. Hey, ich bin fertig. Ich glaube, ich brauche hier ein bisschen Geld. Meine Güte. Ich glaube, das geht mit der Hand besser wie mit der Maus. Das Spiel vielleicht besser auf dem Handy, wenn man immer sowas zeichnen muss. Hm. Ups. War ich das etwa? Was? Warum? Oh. Ah. Das tut mir leid. Okay. Das war das zweite Kapitel. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Hier. Und... Und... Spiel macht sehr viel Spaß, ja. Ist wie, als ob du selber da bei Harry Potter warst, in Hogwarts. Und... Nur immer die Sprache für dich ein bisschen doof. Hm. Ha. 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 Selten, dass mein wichtiger Satz zustande kommt. Man sollte sich wahrscheinlich auch den ganzen Text durchlesen. Dann kann man auf manche Fragen ein bisschen besser eingehen. Aber naja. So ist es halt. Gut. Ich bin hier jetzt in der Unterkunft. Anklicken kannst du auch nichts anderes. Immer nur da, wo... Einmarkiert ist. Einmarkiert. Wo eine Markierung ist. Gut. Das war's denn für heute. Okay. Dann sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber am nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.